Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1638. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Am Nachmittag gehen wir mit der ganzen Familie am Strand spazieren und suchen Muscheln. Am Nachmittag gehen wir mit der ganzen Familie am Strand spazieren und suchen Muscheln. Ich mache einen Ausflug ans Meer. Mein Proviant ist in meinem Rucksack. Ich mache einen Ausflug ans Meer. Mein Proviant ist in meinem Rucksack. Ich würde so etwas nie sagen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich würde so etwas nie sagen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich würde so etwas nie sagen. Darauf kannst du dich verlassen. Es ist schön zu sehen, dass es unseren Eltern gut geht. Ich habe erst jetzt entdeckt, dass es auch spezielle Hautpflegeprodukte für Männer gibt. Im Tennis schlägt mich so schnell keiner. Mir gefällt das immer noch nicht so. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass noch Veränderungen nötig sind. Ich empfehle eine professionelle Ultraschallzahnreinigung. Sie wird aber von der Krankenkasse nicht bezahlt. Ich empfehle eine professionelle Ultraschallzahnreinigung. Sie wird aber von der Krankenkasse nicht bezahlt. Es waren nur noch wenige Tickets online verfügbar. Also habe ich sie sofort gekauft. Es waren nur noch wenige Tickets online verfügbar. Also habe ich sie sofort gekauft. Es waren nur noch wenige Tickets online verfügbar. Also habe ich sie sofort gekauft. Das ist zu viel für mich. Davon bekomme ich Depressionen. Das ist zu viel für mich. Davon bekomme ich Depressionen. Das ist zu viel für mich. Davon bekomme ich Depressionen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich arbeite als Schneiderin in meinem eigenen Betrieb. Ich arbeite als Schneiderin in meinem eigenen Betrieb. Ich bin krank. Der Arzt prüft, ob meine Zunge belegt ist. Ich bin krank. Der Arzt prüft, ob meine Zunge belegt ist. Wir brauchen für den Transport weitere Holzpaletten, die ich gerade günstig bestellt habe. Susanne ist neu in unserem Team. Ab August leitet sie die Grafikabteilung. Bei mir bist du richtig, wenn es um Massage, Wellness, Entspannung und alternative Therapien geht. Bei mir bist du richtig, wenn es um Massage, Wellness, Entspannung und alternative Therapien geht. Wir sind nicht nur Kollegen im Büro, sondern seit einem Jahr auch privat ein Paar. Wir sind nicht nur Kollegen im Büro, sondern seit einem Jahr auch privat ein Paar. Jonas repariert das Auto auf der Hebebühne. Er erneuert den Auspuff. Ich war den ganzen Tag einkaufen. Gefallen dir meine schwarzen Stiefel? Ich war den ganzen Tag einkaufen. Gefallen dir meine schwarzen Stiefel? Wenn ich zu lange im Büro sitze, dann habe ich oft Schmerzen im Nacken. Ich verbinde den Anrufer mit der richtigen Abteilung unseres Hauses. Ich verbinde den Anrufer mit der richtigen Abteilung unseres Hauses. So können Anfragen schnell beantwortet werden. Ich verbinde den Anrufer mit der richtigen Abteilung unseres Hauses. So können Anfragen schnell beantwortet werden. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Der Kompass stammt von einem alten Segelschiff. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich lege den Anrufer mit dem Anrufer. Berghaus in der ganzen Zeit von 1,5. Kommst auf den Anrufer, mit dem Anrufer. Ich lege den Anrufer.